Ah, da hinten ist es ja schon. Alter, das ist ja auch ein kleines Kaff hier, ey. Und Waschbären, 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 mein Waschbär. Hey, wo ist er hin? Verdammt, da. Hab ich dich. Dich krieg ich. Sieht so aus, als würde er den Hasen jagen. Jawoll, damit haben wir 14 von 14 Klunkern. Und ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, da haben wir es. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zurück, kann ich hier schnell reisen, sehr schön. Geht es eben kurz zurück zur Siedlung, holen wir uns noch die nächste Karte und dann können wir ja per Schiff quasi nach New York. Dann sind wir direkt am Hafen. Aber ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, wenn ich nach New York gehe, gibt es eine Zwischensequenz und die will ich dann nächstes Mal mir anschauen. Und deswegen zur Siedlung reisen. Ich kann gleich nochmal laden und dann gleich nochmal, weil ich mich dann per Schnellreise zum Schiff hin begebe. Oh, und ich glaube, ich habe auch wieder ein bisschen mehr Kohle, ne? Ja, laden. Warum dauert das so lange? Alter Schwede. Na also. Das war ja mal verkackt lang. So, Hafenmeister, auf, auf. Wenn das jetzt länger als drei Sekunden dauert, unterbreche ich das. Eins, zwei, drei. Gut, wir sehen uns nach dem Laden wieder. Nein, doch nicht. Alter Schwede. So. Was hat er diesmal? Hinkebein. Das mal sehen, das sehen. Eine Wahnsinnsbeute. Pots Blitz. Dafür gebe ich dir einen Brief, keine Frage. Sehr gut. Rest hole ich mir später. Oh ja. So, wie viele brauche ich denn diesmal? Die Octavius untersuchen und Kids früheres Kuhmitglied finden. 24 Klunker. 10 Klunker also nur noch. Das ist sehr gut. Dann haben wir nämlich schon alle vier Teile quasi. Alle vier Briefe. Oder gab es fünf? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Kurzer Blick auf die Map. Ups. Ja. Gut, ich würde sagen, das nächste Mal geht es ab nach New York. Ich bedanke mich für's Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, ich muss gerade mal hier kurz gucken, was ich machen wollte. In Davenport war nichts mehr zu tun, aber ich glaube, ich hatte gerade noch eine Karte bekommen. Oder einen Brief hier. So eine Briefgeschichte. Genau. Und Spitzgeschoss hatte ich mir letztes Mal schon gekauft. Verbessert das Ruder? Ne, ist mir zu teuer noch gerade. Wenn es bei den Wassermissionen jetzt hier knapp werden sollte, dann werde ich vielleicht mal dazu übergehen, das Schiff mir aufzurüsten mal wieder. Aber erstmal, Freibaldermissionen. Auf den Notruf der Independence reagieren. Na, dann reagieren wir mal drauf. Oh ja, los geht's. So. Wo sollen wir hin? Ja, klasse. Da ist irgendwie... Ja, super. Wie arschig war das denn? Ich konnte nicht lenken und bin auch... Hab den Stein da gestriffen. Ohne, dass ich da irgendwie was machen konnte. Achtet auf die Klippen, Käpt'n! Alter, ja, okay. Verbessertes Ruder wäre vielleicht mal ganz empfehlenswert. Wenn ich das hier gerade so sehe. Bereit zum Feuern? Schieb! Jawohl, einfach nur so, weil ich's kann. Ähm, ich muss gerade nochmal gucken. Ich glaube, hier war das, ne? Ja, genau. Drehbasse. Okay. Juhu! Dann würde ich sagen, volles Segel setzen, ne? Mit voller Kraft voraus. Schade. Auf mein Zeichen! So, machen wir mal hier so einen Fernangriff. Bam! Das lief doch gar nicht mal so übel. Oh, ja. Selbst schuld, was? Feuer! 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 Reichzeit abgeben! Ah, scheiße, das kriegen wir... Doch, haben wir doch noch versenkt. Feuer! Jawohl, das ist auch weg. Sehr schön. Nächstes Ziel. Segel ein bisschen einholen. Auf heile Segel! Auf heile! Oh, verdammt. Da hab ich nicht wirklich nachgedacht. Feuer! 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 Geht nicht, Sir! Jawohl, weg mit dem Scheiß. Auf mein Zeichen! Feuer! 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 Geht euch das! Feuer! Geht nicht, Sir! Geht nicht, Sir! Geht nicht, Sir! Ah, geil! Das Schiff schießt auch mit. Wenn die Schuld von mir! Bereit machen, Feuer! Feuer! Warten! Ach, komm, erst mal das eine Schiff hier. Nee. Die da hinten sind jetzt dran. Oh, oder auch nicht. Das ging ja mal voll in die Hose. Und tschüss. Ja, das ist doch mal wieder eine richtig geile Mission hier. Bam! Ja, wer ist hier ein guter Schütze? Meine Schützen. Jawohl, ja, das liegt doch mal richtig geil. Und sogar noch das optionale Missionsziel mit geschafft. Ja, sehr gut. Passt das jetzt schon? Oh, naja, recht kurz, aber geil. Hat man wieder richtig gebrockt. Ich glaube, ich mache die anderen auch gleich noch. Und danach geht es dann ab nach New York. Aua, da bin ich auch schon gespannt drauf, wie New York aussieht. Ich weiß gar nicht, ob New York größer als Boston ist. Oder in etwa gleich groß, gleich klein, wie auch immer. Schauen wir da an. Ah, und Hinkebeins Missionen haben wir ja auch noch da. Da oben. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen. Die Bahamas. Na, jetzt habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall sollen wir ein Freibeuterschiff zerstören. Im Jahre 1776. Uh, Nebel. Auch nicht schlecht. Ja, schön umschiffen hier. Irgendwie finde ich die Karte etwas ungenau. Hm. Ja, Vollgas voraus. Oh, jetzt müssen wir im Nebel die hier suchen. Auch nicht schlecht. Können wir vielleicht so einen Stealth-Angriff machen. Oder wir werden angegriffen. Weniger Segel. Weniger Segel. Weniger Segel. Halbes Segel. Halbes Segel. Schieß. Berein zum Feuern. Juhu. Juhu. Oh, da düsten die Dinger auch knapp an uns vorbei nur. Nicht mit mir. Jawohl. Die haben ganz schön was abbekommen. Cool. Hab gar nicht gesehen, dass ich noch getroffen hab. Ja. Warum verfolgen die Flachbixer uns denn hier? Das geht ja mal mir derbe auf die Eier. Und tschüss. Alter, das Schiff hat aber ganz schön geschluckt. Nicht mit mir. Ja. Ja. Soviel zur Summerset. Oder Summer. Ja. Summerset. Keine Ahnung. Ja. Hat einen schönen Abgang gemacht. Immerhin. Alter. Haben die uns ja die ganze Zeit verfolgt. Wie arschig war das denn? Na egal. Durch das Abbremsen. Damit haben die glaube ich nicht gerechnet. So. Eine fehlt noch. Und danach. Was kommt danach? Ach ja genau. Danach kommt noch Hinkebeins Geschichte hier. Aber das machen wir danach. Und dann kann es auch schon abgehen nach New York. Oh ja. Oh ja. G cu政unde Was liegt da an. Wieder mal so ein Dorf beschissen oder so. Wäre geil. Oder. Ne das waren vor. Die Belladonna und der Rodrigo Ortales und seinen Mäller. Sie segelt sicherheitshalber als spanisches Schiff, doch sie ist ganz und gar französisch. Die Franzosen bringen eine Schiffsladung, Pulver und Kanonen für Georgi und seine Patrioten. Ein paar koloniale Schiffe sollten sie eskortieren, doch sie ließen sie zurück. Seitdem wartet sie hier. Wir sorgen, dass wir das Washington Krieg, worauf er wartet. Wo ist der Kapitän? Ich bin der Kapitän. Ihr kommt spät. Wir kamen so schnell, als der Wind erlaubte. Zu langsam. Und was ist mit eurer Eskorte? Le Rondolf war erst bei uns, dann verließ sie uns ohne Warnung. Du weg. Deshalb bestand le Lieutenant darauf, dass ich an Bord komme. Mann, Mann, Mann. Immer diese Franzosen, was? Es ist heiß hier. Es ist heiß hier. Okay. Kann ich verstehen. Was gibt die so Gas, ey? Ich dachte, ich hätte hier so das schnellste Schiff. Oh. Halbes Segel. Okay. Das ist die Macht von Frankreichs Marine. Nicht schlecht. Die haben sich das Treibverkämpfung ausgelusten. Ihre Kante. Ach, zum Teufel sind hier so viele Engländer. Doch nicht. Oh ja, das läuft doch ganz gut. Bis jetzt. Jawohl, ja. Ja. Okay. Wieso zielt die jetzt gerade auf uns? Ach so. Da ist noch so ein kleineres. Ja. Alter, da haben die aber eine fette Freizeit abbekommen. Und tschüss. Aber ja, einfach durch da, was? So, du kleiner Flachwixer da. Bam. Und Feuer. Was? Alles daneben? Am Arsch. Juhu. Yay. Wo kommen noch mehr? Oh, verdammt. Was können wir tun? Lebst nur wegen, dass sie uns nicht finden. Vielleicht, wenn ihr erseits sagt. Ah, das ist die Macht von Frankreichs Marine. Du wachst, Feuer. Ah, super. Jetzt kann ich anders rumdrehen, weil da dieses dämliche Schiff langkommt. Auf, mein Zeichen. Feuer. Bereit machen, Jungs. Freizeit abgeben. Hör mir le Donne. Fliegt, Feuer. Und Feuer. Und Feuer. Buu. Untertitelung des ZDF, 2020